Ja, ähm, ja, genau. Ich mit Philipp am Start, wie ihr es beschweren hört. Ähm, wir wollen es halt Und Philipp Also auf jeden Fall, also drei Stunden, auf jeden Fall Drei Stunden, drei Stunden, 15 Minuten, aber wenn wir schnell machen, so Ich würde sagen, zwei Stunden Zwei Stunden, vierzig oder zwei Stunden 45, was sagst du? Okay, dann sage ich Zwei, dreißig Wen willst du nehmen, ist es Egal Lange Nase oder kurze Nase? Ich will eigentlich die lange Nase Ich nehm den hier, okay? Okay, falls es okay ist Na, geh halt rüber Ach so Ey, wir haben Nichts eigentlich egal Im gleichen Halt doch mal deine Fresse Fettzeug Mach mir da wieder Nein, was am drücken machen, aber Nein, das verkostet einfach zu viel Zeit, Digga, am drücken Ich weiß Hätte ich gerne gemacht Ja, okay Wird gefragt Der Digga, wann startet es endlich? Ah, jetzt hat Da steht glaube ich gleich wieder dein Name Ja, stimmt Ich glaube nach dem, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, nach dem, oder? Nein, dein richtiger Philipp Kulianus Nein, ich nehme voll Geld Ey Ich schiebe mir einen richtigen Namen Digga Philipp Nein Ey, Philipp Ja auf jeden fall hoffe ich wir schaffen das noch also heute der wir haben es schon einfach er war wirklich nur weil ich hab's nicht sehen 20 uhr vier digga 20 uhr 4 boah ich glaube das dauert schon echt sehr sehr lange man kann nicht es geht sehr glücklich und die können ja nicht machen einmal durchgespielt hat das man es gibt noch nachdem mann wahrscheinlich haben wir neue spiel gestartet haben oder hat einfach wie heißt um weil wir das spiel gelöscht hat man das dann neu wieder neu runtergeladen haben wahrscheinlich deswegen ich bin der leo leo caruso ich bin der leo leo caruso ich seh dich hallo hallo ich steh ich fick da ich fick die wand guck mal hallo guck mal nach rechts links oben hallo 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 warte ich bin hier hallo guck guck mal nach oben guck mal nach oben jetzt geht er da rein hallo hallo haaa hier ist meine nase hallo hallo warte 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 hallo 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 ha herr im ort wo er ja es geht nein er muss sich was willst du was willst du ich bockse ich digga der leo leo der leo leo kam so die schärfung die klei leo caruso leo caruso das geht leo caruso der kleine huso erwarten wo muss hin hier oder alles muss gar nicht alle 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 wachbar einfach auf jetzt macht doch auf er lag noch heute zwischen händen fox mir ab aber sexy arsch digga ich will ich auch mal jahre gesehen und sehe ich dich hier nein ich sehe dich scheiße ich will dich aber warte mal da alle auch schöner jahr aktiker schön behaarung es war echt nackt das war echt ein schöner jahr da habe ich weiß ich habe den best warte 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 ey yo ey yo was geht digga was geht ey ich bin hier oben ich bin hier oben ja ich sehe dich schon warte ich gehe da runter kurz ich bin der weißeste da da ist ich bin der weißeste da da ist warte seht ihr mich ja ich bin ganz in der Mitte neben dem schwarzen hallo 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 komm mal warte warte ey Philipp ey woa was geht hey woa was geht Elektrofock nein er boxt ihn aber sss 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 ich hab lange nicht will ich spiel habe ich noch kurz einen jahr gesehen seinen hey was geht hallo hallo ey guck mal kurz nach oben links links guck mal kurz nach links oben guck mal nach links oben Hallo, Leo. Ey, hallo, Vincent. Was geht? Der Vin? Ja. Auf welchem Bild bist du? Welche Seite von dem Bild bist du? Wird dir angezeigt? Hey, ich bin rechts. Ey, was geht, Digga? Komm mal nach oben. Rechts. Warte, hier. Hallo. Warte, warte, warte. Ich geh ein bisschen vor. Ah, scheiße. Ich muss in die Zelle. Sorry, Bro. Es ist bestimmt nicht kalt hier. Ich hab seinen Alter kurz gesehen. Was? Ich setz mich jetzt. Digga, ich kack dich gleich an, Alter. Shut up. Ja, mach mal. Shut up. Shut up. Shut up. Warte, bist du neben mir? Du bist ja neben mir, ne? Nein, Digga. Ich bin über dir. Ey, Digga. Philipp. 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 Ja. Ne gute Nacht. Ja. Direkt speedrun. Speedrun gelten. Ah, nein, egal. Ja, aber ich kann das nicht so gut zählen, Digga. Ich bin scheiße im Rechner. Er hat uns top reingestellt oder irgendwie? Nein, es wird ja vom Video gezählt. Halt, äh, der Livestream. Gucken wir uns dann an, wie lange der gedauert hat. Nein, nein, nein. Und bei dem, der, bei dem es am nächsten ist, der hat gewonnen. Aber wir müssen, wir machen dann noch ein extra, ähm, Video. Hallo? Wir machen dann noch auf jeden Fall noch ein extra Video, ähm. Ja, noch ein extra Video, wo wir, äh, das dann sagen und auch machen. Also wahrscheinlich erst nach den Ferien sein. Haa. Ich mach' mehr Klimmzüger als du. Ja, okay, danke. Nein, du Hut. Okay, komm, lass aufhören. Lass' weiter machen, sonst verschöten wir Zeit, komm. Ich muss warten, wenn du so anfängst. Ah, ja, du kannst schon mal herkommen. Lauf schon mal hinter. Guck. Digga, da ist der Krüppel, ja. Siehst du den auf deinem Bildschirm, da oben links, bei diesem Gitter, da ist der Typ. Da ist der Typ, siehst du ihn, den Glatzi? Okay, jetzt geh' ich rein, komm, 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 komm schon mal. Ja, reicht, jetzt, komm, komm einfach. Jetzt komm. Komm, Philipp. Ich hab'n geschafft. Ich seh' die, nein! Nein, 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 ich bin schon drin, fuck. Komm. Lauf doch, lauf! Digga, hilf mir! Digga, ich geb' dem jetzt auch... Digga, ich geb' dem jetzt auch... Digga, ich geb' dem jetzt nackenklatschen, den Bastard. Oh, fuck, sorry. Haxi, lass mich nicht rufen. Digga, ich geb' euch schon... Ich geb' euch ne Bug-Pfeife, ihr Wichser. Okay, los, geht's! Komm, Philipp, gib' mir ein Bitch-Lap. Jetzt bin ich dran. Komm schon. Ich flex' ihn so richtig hart weg, Digga. Konter. Er will nicht so... Digga, er will nicht so treten. Er will so... Er will nicht so. Er will nicht so. Warte. Digga, ich hab' ihn. Ey, Digga. Bro, ey, Philipp. Er wollte dich so treten, ne? Ey, er wollte dich hier so treten. So. So. Du so einfach so richtig gut ausgewickelt. Oh, dieser Bastard. Ey, wow, ey, wow, ey, wow, ey, wow. Oh! Jetzt geb' ihm den Bonn. Bug-Pfeife und Headbutt und jetzt Kopfnuss und tot. Schräg, schräg tot. Ey, Digga, was passiert eigentlich, wenn wir gar nichts machen, wenn die uns angreifen, wenn wir gar nichts machen? Dann hätten die gestorben, dann müssen wir noch mal. Was? Ich finde die irgendwie interessant. Ich will jetzt eigentlich wissen. Ey, du Wichser. Ja, Mann. Halt schon mal. Ah! Mein Licht ist in meine Eier reingeflogen. Aua. Ne, ehrlich. Ich wollte nur mein Kabel hier wegmachen und da fällt mir mein Licht. Oh, meine... Oh, meine Arme. Nüsse, Mann. Aua. Fällt mir voll auf meine Eier drauf. Mann, ich hab doch gar nichts gemacht. Ey. Ich hab gar nichts gemacht. Ey. Ey, Philipp. Ja. Warte mal. Dech. Ey, wow, Digga. Was passiert hier eigentlich gerade, ne? Ja. Ich mach es aggressiv. Ja, Mann, Digga. So richtig aggressiv, ey, diese Decks. Was da denn, ne? Sag, was für Keks, ne? Ey, wow. Ey, verpiss dich mal. Ja, ich muss kurz leider gerade mit ihm reden, ne? Warte mal, fuck, ich muss meine Kamera kurz wegtun. Einen Moment. Ähm, äh, äh. Oben, nein. Oben rechts, ja. Und ich muss, ich muss sie, glaube ich, ein bisschen kleiner auf. Fuck, es tut mir echt leid, ja? Digga, Speedrun. Ja, Entschuldigung. Ja, Mittel. So soll's gehen. Passt. Warte, ganz kurz, Philipp. Warte, äh. Ja. Warte. Gewalt. Geht doch, Jungs. Einfach mal ein bisschen Res... Einfach mal ein bisschen Res... Und das war's, ne? Einfach nur Respekt. Ey, yo. Ey, was geht, Bro? Na, du kannst dich zu mir, Digga. Ey, pass auf. Okay, jetzt geht's ab, Mann. Au. Wow. Alter. Chill mal. Fick dich. Alter, was ist dein Bastard? Ich brauch irgendwas zum Werfen. Digga, dann juckt das nicht. Ich leck deinen Cock, Digga. Fick dich. Digga. Der ist aus Stahl oder so. Digga, wie das ich hab. Digga, wie das ich hab. Ja, come on. Come on, what do you want. Who wants to die first? Oh. Oh, come on. Boah. Alter. Woo. Ja, man. Fuck the police. Philipp. Ja. Ja. Digga. Fuck the police. ACAB. Haha. Boah, es tut weh auf dem Eimer. Oh. Ey, waaah, 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 man. Ooooooo, ooooooo, macht auch mal ein paar Geräusche, ooooooo. Hallo? Fille? Ooooooo. Mashallah, Digga, ich krieg die Ladies ab und du nicht. Oh, guck mal, wie er schon stöhnt, Digga, weil er so... Uuuuui, ich klär mir meine, ich klär mir die Chaya. Digga, Philipp, weißt du, was ich, weißt du, was ich mache, Digga, ich klär mir die Chaya. Ey, Philipp, du bist Digga, ich leh... Sag mal leise. Ja, ich hab dich, ich hab dich nicht, ich hab dich nicht, ich hab dich nicht. Philipp? Ey, lass doch meine Tasche in Ruhe. Philipp? Ja, du wolltest noch eine Katze haben. Ey, mich gut an der Rente. Ja, Philipp, kannst du mal aufhören? Philipp, wir wollen auch hier ein Ding, ein Lifestream machen, Digga, und du redest mit deinen Katzen, Digga. Und wie der der Katz. Ja und lasse doch, das ist so ein Baby, die will das erkunden. Nein, du kommst ab. Ja Mama, du kriegst. dann wird sich das verlieren ey ich geh ok ich geh ja ich geh nein nein ich geh ich geh ja genau ja genau ich geh ich geh philip 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 ich habe mich nicht ein bisschen schlafen sagst du leckung jeder Türe der Knopf der Füße natürlich halt deine Füße ja halt aber kurz in der Füße ja ich glaube ich muss nicht ne ich muss ja ich glaube ich muss wohl eher eigentlich auch der Garten guck mal mein Fettbau an Digga ich bin voll fett Digga wunderte sich nicht wo ich bin Digga guck mal hallo 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 Tika ja ich wird ich weg wie am längsten es kann nein du musst uns beeilen Digga wir müssen uns beeilen kann ich ein Wasser haben einfach schlick die Wache ab Lenk doch mal die Wache ab da achso ah ne die geht ja von alleine die geht ja von alleine das hab ich vergessen guck weil die geht nämlich da dann darüber und jetzt kann ich gehen die Bühne die Wache schnell lenkt die Wache auf wenn die Wache auf wenn die Wache auf du musst nicht klopfen hinten ja ich will probieren wenn die Alte muss das mal gehen die muss gehen die Jungs nicht abgabend muss die Fakimachheit schnell gleich schnappeln ja angeht wenn ich morgen nicht die Fakimachheit machen es auch hier ich muss endlich gehen machen ich muss diesen Fenster kaputt schlagen dann muss ich nur noch so muss er nur muss auch klopfen aber es geht ja dann gleich glaube ich wenn sie gleich weg geht geht und so wird oder ich bin in denjenigen die muss gehen die muss ich erst mit dem Namen und schafft und die muss an die muss abhauen in die du musst einfach in den Ruhel lassen glaube ich er geht um wenn die Welt hat keinen Bock kommt nicht ja wie die Liga auf Leo Elfen der was machst du die Gäste von der alten Einwurzelkarten ich kann nicht die wenn man sie in Wartemper ich kann nicht dann wartet ganz kurz in dem Bord in Wartemper da muss das machen weil ich kann nichts machen man kann sich jetzt auch so sehr so sehr ein Jahr alt ich muss darüber wir sind Ich bin wieder da! schützen okay und kostenlos Koko ich ich denke macht die meiste Zeit ich versuch's ja schneller geht's Brot schneller geht's nicht was ich versteck dich versteck dich Koko 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 Kohn auch nicht ich will mich vielleicht irgendwann dann bald jetzt so ein richtiges Mikrofon der so ein Mic so ein besseres Mikrofon so ein Text so ein richtiges Mikrofon ja wäre geil krieg ich vielleicht bald na oh Digga wer klettert hoch darf ich hochklettern nein etwas letztes Mal hochgeklettert ja okay dann darfst du diesmal ja aber irgendwie ist es auch cooler wenn ich eigentlich hochklettert weil eigentlich ist es so irgendwie der Standard eigentlich wenn Leo Caruso geklettert ja irgendwie wie schon aber es wird auch hochklettert wenn der Leo fuck Huzo Leo Caruso der kleine Huzo ja checkst du's ja du weißt was ich mit Huzo mein also Hurenz Hurenz oh fuck Lorenz Lorenz hab ich gesagt Entschuldigung 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 Allah wakka ok Philip wie geht's wie geht's dir so heute morgen rübermorgen ja gut ich auch ja ich geh rein i must go in kacken i go kacken mit motherfacken halawacken zacken kackacken du musst so tun ob der Besen kaputt ist ja ich weiß schon ich bin es auch nicht okay wir dürfen es euch die Zuschauer verraten mann wir dürfen die das einfach nicht verraten weil sonst sind wir tot glaube ich hoffentlich nicht ich brauch da viola mann la na warte fahrer verstand da was war das wait kann ich einfach WLAN von meiner PS4 nehmen suspens we LAUGHTER gross w w w w w w w w es ist waren ich muss gucken wenn es hier z ich muss ganz kurz ein netzwerk status ja genau netzwerk verbindungssoft kommt schlisch ist es ist ein junger wie lange dauert es noch wir sind wir schon wieder irgendwo wo wir uns bewegen müssen die oder noch nicht gut passt ich glaube den restlichen teil kennt ihr eh schon leute weil ich ganz kurz irgendwas mit mit netzwerk machen mann komm schon wo hier sind wir falsch sag einfach wenn es weitergeht okay 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 wo ist denn die da ähm komm schon warte ich muss kurz er müssen wir schon weiter gehen die oder sag einfach genau wenn es weitergeht komm schon wo ist Mann, was kann's denn sein? Geht schon weiter? Du musst direkt einfach sagen, jetzt dann einfach, okay? Sag's einfach nur jetzt, wenn's weitergeht. Wo ist das geil aus? Wer geht weiter? Nein, aber sie ist so, jetzt zeig so all the way out. Sag, geil aus, alle Punkte, ich hab was geschiebt. Und die Stelle, Sarah. Komm, Mann, wo ist es? Geht's weiter? Philipp, sag schnell, du musst immer sagen, okay, wenn's weitergeht. Ich weiß, aber es ist noch nix. Wir reden gerade am Flugzeug. Mann, wo steht das denn? Digga, ich kann einfach einen Stock aufheben. Also geht's weiter.